Krieg Krieg bleibt immer gleich Krieg Im Jahr 1945 diente mein Ur-Ur-Großvater in der Armee und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde, zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach, gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Urbanen möglich war. Roboter im Haushalt. Kursionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Arme gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteran-Halle zeigen. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Jetzt bin ich dran, Großer. Neue Frisur? Gefällt mir. Lass mich mal kurz da ran. Lass mich mal kurz da ran. Ja, nicht schlecht. Lass mich mal kurz da ran. Gefällt mir. Das macht dich jünger. Was meinst du, Schatz? Mit oder ohne Bart?